Musik Schönen guten Tag, Jungen und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Zu einem, würde ich sagen, etwas kürzerem Star Wars Video. Ich habe mir einfach gedacht, ich schnappe mir mal das Mikrofon und labere einfach mal drauf los. Da es ja so die ein oder andere News gab, die ich gerne mal behandeln würde und euch meine Meinung dazu sagen würde. Beziehungsweise auch von euch gerne hören würde, was ihr dazu sagt. Das ganze Ding wird auch so ähnlich wie unsere Podcasts ablaufen. Das heißt, ich werde relativ frei sprechen, ohne da 500.000 verschiedene Cuts zu setzen. Also von daher, nehmt es mir nicht übel, wenn der ein oder andere Verhaspler eventuell auch dazwischen sein wird. Was ganz bestimmt passieren wird. Ja, was für News gibt es denn, dass man da großartig drüber quatschen muss? Ich denke, ihr habt das natürlich an dem Titel schon erkannt. Der Hollywood Reporter hat unter anderem berichtet, dass Boba Fett, aber auch Ahsoka in der Mandalorian Season 2 auftauchen werden. Ich möchte auch gerne nochmal was machen zu der Mandalorian Staffel. Das haben wir ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich gucke mal, ob ich da auch nochmal so eine Zusammenfassung für euch meinungstechnisch so ein bisschen raushauen werde. Ich bin momentan auch mittendrin in diesen Bombos Episode 1. Ihr glaubt nicht, wie aufwendig das ist. Ich habe das auch echt unterschätzt. Also ich habe jetzt ungefähr so mal geschaut. Es ist, wenn ich 15 bis 20 Minuten aufnehme und das so bearbeite, wie ich das haben möchte. Und dass ich damit zufrieden bin, brauche ich zwei bis zweieinhalb Stunden für diese 20 Minuten. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, das wird natürlich dementsprechend auch ein bisschen länger. Ja, genau. Also dann würde ich sagen, wir quatschen einfach mal über das ganze Thema. Ich denke, für die, die uns schon länger hier begleiten auf dem Kanal, für die dürfte klar sein, der Bombo ist nicht der riesengroße Ahsoka-Fan. Ich denke, Ahsoka wurde ein bisschen stiefmütterlich eingeführt. Und da wurde sich einfach mal ein Konzept ausgedacht, ja, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn der Anakin hier eventuell noch einen Padawan hätte, wo kein Arsch davon den Film mitbekommen hat. Das war sowas, das hat mich schon immer gestört. Ich persönlich habe es aber ganz, ja, ich würde sagen, als später akzeptiert, ist das richtig Wort. Ich habe es später akzeptiert, weil man ja dann auch mehr oder weniger die Storyline so gegangen ist, gezwungenermaßen natürlich zu dem Zeitpunkt, dass sich die Wege von Anakin und Ahsoka ganz schönes Stück vor Order 66 getrennt haben. Und das war dann sowas, wo ich dann für mich selbst auch immer ein Stück weit sagen konnte, ja, okay, ergibt Sinn, dass man vielleicht dann in dem Kontext der Filme da nicht auch irgendwie Berührungspunkte hat. Das hat sich natürlich jetzt mit der Clone Wars Staffel wieder ein Stück weit, ja, mit der letzten Staffel revidiert. Auch dazu mache ich nochmal gerne was, möchte da auch nicht so in die Tiefe reingehen. Aber da ist es dann definitiv auch so, dass man sagen muss, okay, dadurch, dass man direkt bis mitten in Order 66 mit Ahsoka reingeht und sie dann noch so einen, würde ich schon sagen, wichtigen Eckpfeiler sogar bildet, so rund um Anakin, wird der Charakter für mich noch schwieriger irgendwie wirklich ernst zu nehmen. Also, beziehungsweise ich kann ihn immer schwieriger ernst nehmen, da er einfach schwierig da reingedrückt wird. Also, wenn wir wirklich nur den Kontext der Filme sehen und sehen, wie Ahsoka da implementiert wird, ist das schon ziemlich spät gemacht, storytechnisch. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, hätte man das so gemacht, dass sie vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht gestorben wäre oder sonst irgendwas, das wären alles noch Sachen, die hätte man besser verkaufen können, als das, wo dann jetzt wieder ein erneuter Jedi. Übrigens, das müsst ihr euch inzwischen auch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich bin auch so ein Typ, ich sag, gerne brechen wir auch mal links und rechts aus in den Storylines, das ist überhaupt kein Problem und es gibt da ja viel Spielraum. Aber das Universum, das wir so lieben gelernt haben, das Star Wars Universum, das besteht ja aus gewissen Regeln. Und wenn sich das eigene Universum nicht an diesen Regeln hält, dann fühlt man sich als Fan da so ein bisschen verkackeiert, würde ich das fast sagen. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt hier keinen Regelbruch, aber das, was wir ja in der Originaltrilogie gelernt haben mit Luke ist die letzte Hoffnung, nein, es gibt noch eine, das ist Leia. Ja, das wird inzwischen sowas von stiefmütterlich behandelt, dass man ehrlich sagen muss, oh, sorry, aber in Rebels gab es dann schon zwei Stück, die auch noch überlebt haben und dann gibt es in Fallen Order im Game noch ein Padawan, der überlebt hat, dann Ahsoka noch. Also im Prinzip hat der ganze Orden überlebt und Order 66 war eigentlich gar nicht so schlimm. Das war jetzt nicht wirklich, ja sagen wir mal, die komplette Auslöschung des Jedi Ordens, sondern man hat einfach nur mal den Tempel sauber gemacht. So wirkt es inzwischen. Und das ist schon ein bisschen so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, huch, weiß ich nicht. Also, ne, man schlachtet das und treibt das aus, so dass die Storyline, das, wie kann ich das am besten beschreiben? Die Storyline war vorher ein richtig schöner, dicker Strang, ja. Und inzwischen haben wir nur noch einzelne kleine Fäden, weil man diesen dicken Storystrang so auseinandergefusselt hat, weil man da noch was reindrückt. Oh, hier ist noch eine 15-Minuten-Lücke, da können wir auch noch eine epische Story reinknallen. Inzwischen ist so gut, wie jeder Barkeeper im Star-Wars-Universum hatte einmal einen Konflikt mit Darth Vader. Es ist too much. Und ich weiß, da draußen gibt es ganz viele und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja zwei Parteien von Fans, die ich grausam finde. Das sind die Hater-Fans, die alles außer ihren drei Teilen, die sie lieben, meistens die Original-Trilogie und manchmal ist es da nur die ersten beiden, gut finden. Und alles andere ist von vornherein scheiße und ist Müll. Die gehen mir derbe auf den Sack. Aber die, die eigentlich schon fast schlimmer sind, sind diese Vollspacken, die irgendwie, wenn jemand nur Star-Wars hustet oder furzt, dann sind die schon, boah, das ist das geilste ever. Das ist mir zu dieses Fan-Boy-Iche. Also ich würde mich auch als Star-Wars-Fanboy betrachten, ich bin ein absoluter Ultra-Fan, aber niemals ohne Verlust einer rationalen Meinung oder meiner Meinung. Das ist nicht nur, weil da irgendwie Star-Wars draufgeklebt ist, ist für mich alles, uh, ah. Ich liebe Star-Wars und ich vergebe auch viel in Star-Wars. Ich habe auch bei der Sequel-Trilogie teilweise sehr enttäuscht, wie die Storystränge verlaufen sind, aber konnte da trotzdem extrem viel Positives selbst aus der Sequel-Trilogie rausziehen. Was die halt, von denen ich gerade gesprochen habe, teilweise nicht können, weil da ist alles, uh, Zuckerland und super toll und, oh, das ist zum Kotzen. Das, finde ich, geht auch gar nicht. Ähm, ja, finde ich ganz einfach, das ist, für die ist es dann so, denen ist es egal. Die gucken da drauf und sagen, Lichtschwertkampf, super. Denen ist das scheißegal, ob das eigentlich da jetzt gar nicht reinpasst und irgendwie vom Kanon her irgendwie doof wäre oder das zu viel, also es gibt zu viel konstruierte Storystränge, die schwierig sind. Es gibt einige Sachen, mit denen hat man sich dann abgefunden. Ich war zum Beispiel auch schon immer so, naja, dass sie Darth Maul wiedergebracht haben, fand ich ein bisschen blöd. Dann, wie sie ihn implementiert haben, dachte ich, naja, okay, okay, es schickt. Aber wie gesagt, wir bleiben nicht zu sehr bei dem Rebels-Thema, weil da möchte ich nochmal extra was machen. Nur, ne, oder Rebels oder Clone Wars, meine ich jetzt. Ähm, aber wenn wir uns, äh, hier um Ahsoka kümmern, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als mehr oder weniger da mal so ein bisschen drauf einzugehen. Also, ich bin kein Riesenfan von Ahsoka, oder, ähm, ja, Snips, wie sie ja auch teilweise genannt wurde, glaube ich, am Anfang. Grausam Snips und Sky Guy, ich könnte so brechen. Das ist unfassbar. Ähm, ist es halt so, dass ich sagen muss, okay, ich bin kein Riesenfan. Ähm, aus welchem Grund? Also, man könnte ja dann auch argumentieren und sagen, naja, gut, aber warte doch mal ab. Vielleicht in Live-Action ist es schon ganz cool, ne, dass, äh, dass sie da gezeigt wird. Und vielleicht wird's, entwickelt sie sich da auch noch mal zu einem etablierteren und, ähm, cooleren Charakter oder so. Kann mir ja mal eine Chance geben, auch wenn mir jetzt die Cartoon-Vorlage irgendwie ein Stück weit nicht mochte. Ähm, ich hab einfach ein Problem damit. Ähm, Ahsoka wird, äh, wurde in Clone Wars und, ähm, in Rebels und überall, wo sie sonst aufgetaucht ist, einfach zu einem Charakter aufgebaut, der, ähm, eigentlich mehr oder weniger Rey die ganze Zeit zugeschrieben wurde, ähm, und durch die Medien getrieben wurde wie eine Sau. Und das ist ein Mary-Soo-Charakter. Ähm, nämlich, Ahsoka hat schon immer, ohne Probleme, keiner konnte's einem irgendwie erklären, ähm, Darth Vader die halbe Maske weggefräst, äh, Darth Maul auf die Fresse gegeben. Also, die ist eigentlich, äh, ultra krass. Die ist absolut mega. Und so ein Charakter, den sie sowieso so overpowered inszeniert haben, lächerlich overpowered teilweise, weil, wie gesagt, ein nicht fertig ausgebildeter Padawan, ähm, ne, wenn wir da mal vergleichen, äh, für die, die, äh, Carl Kestis, glaube ich, hieß er ja, in Fallen Order gespielt haben, äh, der nimmt die Beine in die Hand, wenn der Darth Vader oder so sieht. Der, äh, macht nicht mal einen Schlagabtausch 15 Sekunden. Weil es, weil es ja auch logisch ist, der hätte keine Chance. Aber, dadurch, dass Ahsoka Dave Filoni's Girl ist, äh, funktioniert das halt. Und das sind so Sachen, die haben mich schon immer genervt. Und ich war aber aus dem Grund auch immer sehr zufrieden, dass, ähm, auch wenn man sagt, das ist ein Kanon, waren die, diese, diese Cartoon-Serien, die waren nie irgendwie, ja, wie soll ich sagen, greifbar für das filmische Star-Wars-Universum. Das heißt, die, äh, Serien, die Cartoon-Serien, die haben zwar immer wieder Bezug auf die Filme genommen, aber den Filmen, die rauskamen, auch den späteren, denen waren die Serien scheißegal. In den Serien konnte passiert sein, was sie wollten, das hat die Filme nie, ähm, nie auch nur ansatzweise getriggert. Und das fand ich immer eine ganz coole Geschichte und auch der richtige Weg, denn das hat Marvel auch schon gemacht. Der Devil und, ähm, Jessica Jones und diese ganzen Defender und was weiß ich, die haben immer wieder, äh, äh, so ein bisschen Bezug genommen auf das Marvel Cinematic Universe. Das Marvel Cinematic Universe, aber überhaupt nicht auf sie, hat sie mehr oder weniger fast schon ignoriert. Und, äh, das war einfach auch so ein Stück weit, äh, ein Sicherheitsmechanismus, dass man Sachen, die jetzt vielleicht auch in solchen Serien dann schieflaufen, nicht sofort mit ins, äh, ja, Cinematic Universe implementieren muss. Und dasselbe Gefühl hatte ich auch bei Star Wars. Ich dachte dann, okay, die Sachen, die in den Serien passieren, die mich ärgern oder die doof sind, die absolut sich nicht Star Wars-ig anfühlen, ähm, die bleiben dann wenigstens so ein bisschen contained in ihrer Serie und spappen nicht so, äh, in das Filmuniversum über. So, jetzt haben wir natürlich mit Ahsoka eigentlich ja auch wieder nur, dass sie in eine andere Serie geht, aber diesmal ist es schon ein kleiner Schritt weiter, dann ist es eine Live-Action-Serie. Ich würde immer noch sagen, da steht immer noch so das Filmuniversum für sich, ne? Ich meine, ist ein Kanon, ist ja offiziell, aber trotzdem ist so dieser Film-Part für sich und es ist jetzt ein Live-Action-Serien-Part, der ja ganz neu mit Mandalorian dazugekommen ist, wo sie, ähm, mehr oder weniger jetzt übergeht in diesen Part. Ähm, ja, also, wie gesagt, ähm, ich find's einfach, ich find's schwierig, sie da so ein Stück weit zu implementieren, weil wir befinden uns ja auch Storytime, äh, äh, von der, von der Time her, von der Timeline-Story-Technik kurz nach Episode 6. Und, ähm, ich find's persönlich einfach total schwierig, dass da eine Soka rumläuft, mit einem Luke, der seinen Jedi-Orden aufbauen will und was weiß ich und das sind alles solche Sachen, Luke hat auch nur nicht, nicht ansatzweise irgendwann mal irgendwas von der Soka in irgendwelchen Filmen oder so erlebt und, ähm, ja, wenn die da, die, wahrscheinlich werden sie sich in irgendeinem Comic jetzt dann auch irgendwann mal treffen oder so, aber das sind alles so reingedrückte Storylines, tut mir leid, aber die dürfte es da gar nicht mehr geben. Und das ist tatsächlich auch für mich, und da kommen wir dann auch, wenn wir Richtung Boba Fett gehen dazu, das ist ein Stück weit so ein bisschen Fanservice. Es gibt sehr, sehr viele Fans von Clone Wars und sehr, sehr viele, die gerade zum, zum Ende der Storyline hin jetzt auch Ahsoka sehr mochten und, ähm, find ich auch überhaupt kein Problem, weil nur weil ich was nicht mag, heißt das nicht, dass die anderen es nicht mögen dürfen. Ähm, aber das ist dann so, ja gut, dann drücken wir die noch mit rein. Und das ist tatsächlich aber auch, weil Dave Filoni da mit produziert und auch, ähm, Regisseur in manchen Teilen ist, ähm, dass die da reingedrückt werden. Ich find's hier einfach ein Stück weit fehl am Platz. Na klar haben wir jetzt bei Mandalorians so, dass der Auftrag des Mandalorianers es eben ist, ähm, ja, das kleine Kind, äh, wieder zu seinem Stamm zurückzubringen, der ja die Jedis sind, mehr oder weniger, oder Zauberer, wie es in der, in der Serie genannt wird. Und, ähm, ja, da ist es natürlich so, äh, klar, irgendwo muss er es ja dann hinbringen und irgendwo muss es auch eine Anlaufstelle geben. Aber selbst das, wenn ihr euch das jetzt im Kopf überlegt, die Erklärungen dafür werden immer konstruierter, schwieriger und dümmer, wenn man sich dann überlegt, dass vielleicht dieses Kind dann wirklich auch bei Ahsoka landet und sie das behält und was passiert mit diesem Ganzen? Wir haben so viele Konflikte, wirklich, die das Star-Wars-Universum ausmachen, aber nebenbei, die wir ja gar nicht so wirklich wahrnehmen, gibt's natürlich noch epische Helden, die eigentlich da hätten helfen können oder so, aber die von den Filmen und sonst irgendwie nix registriert wird. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Für mich war's nie so ein Problem, wenn du jetzt irgendwelche Cinematic Universes hast mit irgendwelchen, ja, Comic-Verfilmungen oder so, wenn du sagst, oh, Batman kämpft jetzt gegen diesen Böses, ah, warum kommt ein Superman da nicht? Ne, weil Superman hat mehr als genug zu tun mit anderen Sachen irgendwie. Das war für mich nicht so das Problem, aber das ist ja hier ein Stück weit anderes. Wenn's wirklich so einen finalen Kampf gegen das Imperium oder The First Order kommt langsam aber sicher auf und solche Geschichten und Luke ist unterwegs, will den Jedi-Orden wieder aufbauen. Okay, Ahsoka hat sich ein Stück weit von den Jedis ja abgewandt, aber irgendwie ja auch doch nicht. Und, ah, das ist alles eine konstruierte Storyline, die jetzt in eine Timeline mit reingedrückt wird, die an sich ja definitiv noch relativ, ähm, ja, sagen wir mal, äh, die vergibt relativ viel. Weil wir haben ein großes Storyloch zwischen Episode 6 und Episode 7, das ist so, da kann man relativ viel reinbasteln. Nur ich halte das einfach total für schwierig, dass da jetzt definitiv dann auch noch eine Ahsoka auch noch unterwegs ist. Ähm, ja, wie gesagt, das, ich bin da kein großer Fan davon. Am Ende ist es eine total coole Storyline und der Charakter wird mir auch mega gefallen. Aber wenn ich jetzt hier immer so auf das Bigger Picture schaue, ähm, wo sie herkommt, der ganze Weg hindurch, dann ist es, finde ich, ganz einfach ein Stück weit schwierig, sie bis dahin mit durchzuziehen. Weil ich gehe natürlich auch ganz stark davon aus, sie wollen sie da implementieren, um dann irgendwann ihr auch die eigene Serie ein Stück weit, ähm, zu geben. Und ich finde es einfach schwierig. Wie gesagt, Luke gerade dabei, den Jedi-Orden neu zu implementieren. Und, ähm, dann hast du da eine Ahsoka, die da irgendwo rumschwirrt, die dann auch noch hier Mini-Yoda wahrscheinlich irgendwie retten wird und unter die Fittische nehmen wird, obwohl sie ja eigentlich kein Jedi ist. Und, boah, das ist alles so kompliziert. Und im Prinzip, ähm, macht, äh, macht ja mehr oder weniger diese Tatsache, dass du solche Storylines da reindrückst, das Ganze erst total kompliziert. Weil normalerweise war das schön einfach strukturiert. Du hättest darum dann andere Storylines bauen können. Fakt ist, es war schön einfach, äh, strukturiert. Luke war die letzte Hoffnung der Jedi. Dann kam aber raus, oh, Luke hat noch eine Schwester. Also wäre nicht die komplett letzte Hoffnung, sondern noch die Schwester. Punkt Ende. Inzwischen sind wir aber kanontechnisch soweit. Es gab ja 115 verschiedene Padawane, die noch überlebt haben. Das ist alles Bullshit. Das ist alles dumm. Wir, ist es auch so, wir haben einen epischen Konflikt mit Vader und Luke. Inzwischen hatte aber auch jeder fucking Padawan einen epischen Konflikt mit, äh, Vader. Das ist alles too much, das da reingedrückt wird. Und auch ist okay, ist jetzt too much in dieser Serie. Wir hätten sie hier auch tatsächlich gar nicht gebraucht. Wir hätten sie gar nicht gebraucht. Wir hätten hier auch wieder, und, ähm, das geht dann auch mit in die, in, 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 in das, was ich zu Boba Fett zu sagen habe, mit über. Wir hätten hier die Möglichkeit gehabt, das hätte jemand sein können, ähm, der mehr oder weniger dieser Machtanlaufpunkt, also Jedi-Anlaufpunkt jetzt ist, den wir so per se noch gar nicht kannten. Das hätte irgendein ganz neuer Charakter sein können, oder, jetzt passt mal auf, wie kreativ muss man denn sein, dass anstatt das, was auch immer, ne, wir wissen ja auch noch gar nicht, was sie da macht. Ich will auch gar nicht kritisieren, was ich noch gar nicht weiß. Aber auch, was auch immer für ein Part Ahsoka da spielen wird, und wahrscheinlich wird Ahsoka der Anlaufpunkt wegen dem Kind sein, ähm, dass das vielleicht Lor San Tekker hätte sein können. Aus Episode 7, wo wir wissen, dass der mit Luke die, äh, die Galaxis nach, äh, Machtgeschichten, äh, abgesucht hat. Das sind solche Sachen, das hätte man mit einbauen können. Das sind Charaktere, die wurden schon so inszeniert, um sie dann da ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal auszu, äh, ja, auszubauen, mehr oder weniger. Da muss man keine Ahsoka da noch mit reindrücken. Ja, es wird cool sein, Ahsoka, zwei Lichtschwerter, und die haut da ein bisschen auf die Kacke. Auch das wollten die Serienmacher natürlich, sie wollten das Machtding nicht rauslassen. Aus keiner Serie, das wird's wahrscheinlich auch nicht geben, obwohl ich's total schade find. Ähm, es gehört auch mit dazu, ich find's auch geil, ähm, äh, ne, aber ich hätte auch da gerne eine Bounty Hunter-Serie gehabt, wo man dieses Machtthema eventuell komplett rauslässt. So, und jetzt haben wir da sehr wahrscheinlich auch wieder Lichtschwertkämpfe mit drin, ähm, obwohl die ganze Serie sich ja eigentlich um den Mandalorianer drehen sollte. Das, ne, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie's ausbauen. Dieser Charakter an sich mit Ahsoka, oder wie ich sie gerne nenne, Ahsolka, äh, äh, die ist, äh, definitiv, also diese ganze Storyline rund um sie, die ist so chaotisch und schlecht inszeniert. Da muss man schon wirklich auf, der aber auf den Kopf gefallen sein, dass man da applaudiert und das cool findet. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass man auf den Kopf gefallen sein muss, weil man den Charakter cool findet. Nur den Storyverlauf des Charakters, der ist sowas von schwammisch blöd gemacht. Ähm, und wie gesagt, wir müssen immer sehen, Main-Fokus-Punkt wird und ist faktisch immer das Filmuniversum. Immer. Platz Nr. 1. Alles andere orientiert sich daran. Problem ist aber, was wir inzwischen mit dem neuen Kanon machen, was der alte aber auch schon gemacht hat, wenn wir auch nur 15 Minuten, äh, Mittagspause zwischen irgendwelchen Storylines haben, wird in diese 15 Minuten, wird noch irgendwas reingedrückt. Und übrigens, der Hausmeister aus dem Jedi-Orden hat auch noch überlebt. Und der, jetzt pass mal auf, als der grad den Flur gewischt hat, wer kam da lang? Darth Vader. Und dann gab's da ein episches Duell. Aber der Hausmeister wurde nicht getötet, er ist grad noch so entkommen. Und wird jetzt, äh, den Mandalorianer in der Kantina treffen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Das sind alle Storylines, ähm, das ich einfach schwierig finde. Das MCU hat das so gut gemacht mit den Storylines, wo das alles ineinander verwoben ist. Hier haben wir aber inzwischen so ein, so ein Story-Match. Aber einfach nur aus einem Grund. Das ist, weil zu viele, die da dran arbeiten, ihre persönlichen Sachen mit reinbringen. Ey, wenn's nach mir ging, dann wär wahrscheinlich Darth Maul der Bösewicht aus, in jeder Comic-Serie und in jedem Film und alles. Ähm, aber inzwischen auch nicht mehr, weil seine Storyline auch so zermatscht wurde. Äh, ne, aber wenn's nach mir ging, nur ich würde das nicht machen, wenn ich in dieser Position wär, weil ich wüsste, dass das nicht passt. Und nur weil ich das cool finde, geht das nicht. Das ist aber hier momentan der andere Fall. Denn, ähm, das ist eine Sache, die ich an Dave Filoni überhaupt nicht mag. Weil, egal was er mag, das wird reingenommen. Übrigens, ich bin ein riesen Fan von Wölfen. Na, dann machen wir doch den Wolf-Squad. Okay? Alles noch okay. Ah, weißt du was? Dann machen wir auch Machtwölfe. Das ist doch cool. Ey, komm, bitte. Ich bin ein riesengroßer Fisch-Fan. Ich mach auch keine Fisch, äh, keine Forstfische und so einen Scheiß. Es ist einfach, wie gesagt, man muss so den Weg wiederfinden, was ist wirklich Star Wars. Und ich kritisiere jetzt das noch nicht, bevor ich's gesehen hab, obwohl ich's eigentlich jetzt doch schon ein paar Minuten lang, äh, tue. Und ich fress ja auch gerne meine eigenen Wörter, wenn's nachher super cool ist, wisst ihr, ich bin der Erste, der sagt, ey, Leute, es war Bombe. Es war absolut Bombe. Es war richtig, richtig cool und, ähm, sie hat da gut mit reingepasst. Nur jetzt, wenn man die komplette Storyline sieht, äh, wird's auch ein bisschen schwierig. Wir gehen mal über zu dem nächsten Kandidaten und, ähm, äh, das ist dann Boba Fett. Auch da, ähm, bin ich on record, äh, dass ich definitiv nicht der riesengroße Boba-Fan-Fan bin. Ähm. Ähm, denn, äh, Boba Fett war schon immer ne Lachnummer und ich hab den Hype nie verstanden. Der steht ziemlich gefährlich in der Ecke und knallt wie ein Vollidiot gegen die Außenseite von Jabba's Gleiter und wird gefressen. Das ist das Einzige, was der Typ macht. Sonst macht der nix. Ja, aber, aber, in dem Spiel und dem Comic, ist mir scheißegal, ich geh nach dem Film. Film ist Numero Uno, wie gesagt, was das Wichtigste ist. Die können noch so Charaktere aufbauen wie eine Phasma oder was weiß ich in irgendwelchen Büchern. Es wird trotzdem immer ein schlechter Charakter bleiben, weil sie in der Film, weil sie im Film nicht gut, äh, dargestellt wurden. Ja, das Design von Boba Fett war schon immer ganz cool, ähm, aber das war's dann auch. So, jetzt ist es so, es war ja ne ganze Zeit lang geplant, dass Josh Trank einen Film machen soll, also Josh Trank, für die, die es nicht wissen, ähm, Regisseur von unter anderem, ähm, ja, dem supergeilen Fantastic Four Film, den ich aber auch gar nicht so schlecht finde wie die meisten. Er ist nur definitiv, ähm, kein guter Film, ähm, aber von einem sehr geilen Film, ähm, Chronicles. Der sollte ja den Boba Fett Film machen, hat aber dann hingeschmissen aus diversen Gründen und Problematiken, ähm, ja, wurde hingeschmissen, wurde dann so ein Stück weit hinten runterfallen gelassen. Und, ähm, dann kam ja irgendwann die Idee auf mit dieser Serie und so, wie man ja gehört hat und wie auch, ähm, John Farrow gesagt hat, ähm, hatte er als erstes Bock auf eine Boba Fett Serie, die man ihm wohl aber erstmal untersagt hat. Er hat gesagt, nee, kannst du Mandalorianer nehmen, aber erstmal nicht hier unseren Boba Fett, ähm, und ich glaube inzwischen, dass, äh, jetzt dadurch, dass bestätigt ist, dass Boba Fett in dieser Serie, ähm, sein wird, beziehungsweise, was heißt bestätigt? Disney bestätigt dazu natürlich gar nichts, aber wenn Quellen wie der Hollywood Reporter sowas raushauen, dann kann man in der Regel davon ausgehen, okay, da ist ein bisschen was dahinter. Das ist jetzt kein Pille Palace, kein Philiphance, da ist schon was dran, definitiv. Ähm, aus dem Grund, ähm, ist es dann so, dass, äh, dass ich ganz ehrlich sagen muss, okay, ähm, der Charakter sollte vorher schon ein Stück weit aufgebaut werden und an sich, ähm, ist es immer so, dass ich sag, ich hab ein großes Problem damit, dass wir immer wieder zurückgehen zu den alten Charakteren. Ja, wir machen noch eine Jabba-Serie und dann machen wir noch hier der Boba Fett und dann packen wir noch den mit rein. Warum ist das so schwer? Ich verstehe es nicht, ehrlich. Beantwortet mir das, wenn ich, äh, ja, wenn ihr die Antwort darauf wisst. Ich meine, ähm, eine Antwort weiß ich und das ist Kohle, ist schon klar, aber, ähm, trotzdem, warum ist es so schwer, einen Charakter zu etablieren, den wir nicht kennen, der etwas, der, der irgendwas ist, was wir nicht kennen, der irgendwo, wo ist, wo wir nicht wissen, wo das ist und der irgendwas macht, was wir nicht wissen. Also wirklich sowas so komplett Neues in dieser ganzen verkackten Galaxie. Nein, das muss alles wieder auf Tatooine in derselben, in derselben Kantine auf demselben Sitz wie Han Solo spielen. Das sind alles so Sachen, und jetzt holt man halt Boba Fett auch wieder zurück. Ja, den kann man so badass inszenieren, vielleicht jagt der sogar unseren Mandalorianer. Und der wurde ja auch angeteast, ähm, in einem der Teile, äh, ich glaub, Ganslinger war das oder so, ähm, von Mandalorian. Und es war ganz klar, dass es Boba Fett sein sollte, ähm, doch mal anhand dieser, ja, rasselten, äh, des rasselten Ganges, ne. Ich weiß gar nicht, Sporen oder was er da hinten dran hat, die dann immer so klimpern oder das hört sich an wie Sporen. Das ist halt typisch Boba Fett und da wusste jeder, okay, damit wollen sie Boba Fett anteasern. Und, wie gesagt, du kannst diesen Charakter abnormal badass machen, abnormal, definitiv, bin ich, äh, bin ich ganz bei euch. Aber, ähm, wie gesagt, ich, ich hätte gerne einfach was Alleinstehendes gehabt. Ich hätte gerne den Mandalorianer gehabt, dass er so seine eigene Story erlebt, seine eigenen Bösewichte erfährt, ähm, ne. Wenn man hier und da mal so eine Kleinigkeit mit reinbröckelt, ist ja alles okay. Hat man ja jetzt auch gemacht mit dem Darksaber zum Beispiel. Das allein hätte ich ja cool gefunden. Dann auch sowas macht, wie die Death Trooper da mit rein und so Kleinigkeiten, ne. Aber wirklich so komplett große Charaktere da jetzt noch mit reinzuschmeißen. Ich denke, die Serie hätte das nicht nötig gehabt. Und, wie gesagt, wenn Boba Fett am Ende absolut eskaliert und ich, äh, vielleicht nur halbwegs mal nachvollziehen könnte, warum auch nur annähernd jemand den mag, außer weil er, äh, ein cooles Kostüm hat, dann, äh, fände ich das natürlich auch ganz gut. Also, wie gesagt, bei Boba Fett bin ich ziemlich zwiegespalten. Boba Fett ist definitiv so ein Ding, wo ich denke, ja, auf der einen Seite ergibt es Sinn. Die Serie heißt The Mandalorian und wenn der noch irgendwo rumschwirrt, okay, ergibt ein Stück weit Sinn. Ähm, auch um die Storyline, um Boba Fett ein Stück weit zu erweitern. Aber hat natürlich ein Problem und dasselbe auch bei Ahsoka. Es wird den Fokus von unserem Haupthelden weglenken. Denn selbst wenn Boba Fett nur in zwei Folgen dabei ist und das nicht wirklich lange, wird er der Fokus dieser Serie, äh, dieser Teile sein. Dasselbe gilt, ähm, definitiv für Ahsoka. Bei Ahsoka denke ich immer noch, ähm, da haben sie es wahrscheinlich ein bisschen verkackt, ähnlich jetzt auch wie mit Boba Fett, dass die Info da rausgekommen ist, weil das wäre wahrscheinlich so, ähm, ja, vielleicht, äh, der finale Moment der zweiten Staffel oder so gewesen, wo alle, äh, äh, hätten machen sollen und, ähm, das passiert jetzt nicht mehr. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich sehr enttäuscht, dass diese beiden Sachen rausgekommen sind. Denn selbst für mich, wo ich jetzt im ersten Moment nicht wirklich ein großer Fan bei der Entscheidung bin, wäre es trotzdem so ein Moment gewesen, wo, wow, was, krass, das machen die? Ja, so ähnlich wie es beim Yoda Baby war, hat er niemals mit gerechnet, crazy, ne, dass sie sowas machen. Und hier, ähm, ja, dass sie das irgendwie, ja, mehr oder weniger haben rausrutschen lassen, finde ich, ähm, definitiv schon sehr schade. Also, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ähm, was die Zukunft bringt von Star Wars, bin ich sehr, sehr optimistisch und cool, aber nicht, ähm, nicht so krass in Sachen Mandalorian, weil ich finde auch Mandalorian gehört noch zu der alten Planungsriege und, ähm, die, ähm, zu der Sequel-Trilogie gehört, wo alles noch so ein bisschen, ey, weißt du was, wir machen eine Serie mit Mandalorian. Ey, cool, ey, lass doch mal Yoda da reinbringen. Ey, Yoda können wir nicht reinbringen. Ey, wir machen einfach dieselbe Rasse aber als Baby, aber der ist genauso mächtig schon wie Yoda. Ey, coole Idee, bring mal rein. Ey, weißt du was, Ahsoka muss doch auch noch irgendwo rumschwirren, die packen wir auch da rein. Ey, coole Idee. Ey, ey, was ist eigentlich mit Boba Fett? Äh, der haben wir doch auch angeteasert im Büchern, der müsste leben. Lass doch Boba Fett da noch mit. Ey, Boba Fett, auch noch cool, das ist doch geil. Also, es fühlt sich alles so ein bisschen an wie, du bekommst eine Rolle und du bekommst eine Rolle und du bekommst eine Rolle. Ach, wie gesagt, am Ende möchte ich gerne hier sitzen und euch sagen, ey, Leute, es war so cool und eine Soka war geil in der Serie. Boba Fett ist komplett eskaliert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht sowieso so von diesem, von diesem Mandalorian-Ding. Ähm, ich war nämlich auch immer davon überzeugt, dass die Mandalorianer so ein bisschen der John Wick des Star-Wars-Universums sind. Und der Mandalorianer an sich, der hat mir in der Serie ein bisschen zu oft auf die Fresse dann, ähm, doch bekommen. Und ich hätte ihn gerne ein bisschen badassiger noch, ähm, erlebt. Und vielleicht ist Mandalorianer, äh, ist, ähm, eine gute Boba Fett ja, dieser Part, dass er da mal komplett eskalieren wird. Also, wie gesagt, ihr merkt, ich ruder vor, ich ruder zurück. Ich bin mir meiner Meinung da noch nicht wirklich sicher. Ich bin auf keine der beiden, ähm, Ankündigungen mega hyped. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich hardcore gefeiert hätte. Aber das liegt auch daran, weil ich mich mit den Storylines beschäftige. Und es hört sich jetzt abgehoben und blöd an, aber meine, dass ich von dem Star-Wars-Feeling und was Star-Wars ausmacht eine Ahnung habe. Was selbst viele Fans, äh, tatsächlich nicht haben. Weil für die ist wirklich, pack das Auge rein, pack Oberfett rein und noch 17 Jedis, die noch irgendwo rumschmieren, jawohl. Für mich ist es dann einfach alles, wo ich zusammenzuck und, äh, wo ich dann eher sagen würde, ey, Los Antecker, der die perfekte Rolle oder das. Oder hier kannst du den und da und da noch mit rein, ähm, äh, basteln, wo du, wo das wirklich Sinn ergibt. Und wo du auch, ähm, Universen oder Storylines, die du aufgebaut hast, wie jetzt zum Beispiel Episode 7, ähm, wo du die ein Stück weit untermalen kannst. Wo du, wo du die, die weiter ausbauen kannst. Und das sind alles solche Sachen, die ich ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig finde. Es gibt jetzt wirklich viele Möglichkeiten und, ähm, da muss man halt gucken, inwie, inwiefern das zeitlich, ähm, unterscheidet. Beziehungsweise wie weit das zeitlich voneinander entfernt ist. Aber auch solche Gruppen, wie zum Beispiel auch die Knights of Ren, die können in solchen Sachen dann ein Stück weit mehr ausgebaut werden. Ne, ich will jetzt nicht sagen, die Knights of Ren müssen in Mandalorian, aber das sind solche Sachen, wo ich sage, hey, guck mal da und da, diese Charakterstränge, die wurden vernachlässigt. Fans waren, waren traurig, aber, ähm, wir kriegen es vielleicht zeitlich gut hin und auch logisch erklärt, dass sie da ein Stück weit mit eingebaut werden. Und da müssen wir nicht die A-List Charaktere nehmen, sondern es gibt ganz viele, von denen man sich mehr versprochen hat, die halt eher B- oder C-List Charaktere sind, die aber den Part auch erfüllt hätten, ne. Und nach wie vor, äh, bin ich jemand, ich hab's euch vorhin schon gesagt, weniger ist mehr. Dieser Moment von Darth Vader in Rogue One ist so besonders, ist so ein ikonischer, grandioser Moment im Star Wars-Universum. Und übrigens, das ist passiert bei einem Spin-Off-Film, nicht bei der Original-Trilogie oder bei den Prequels, sondern bei einem Spin-Off-Film, der Darth Vader so aufgewertet hat, dieser Moment, den so schrecklich gemacht hat, wie er eigentlich auch immer dargestellt wird. Und, ähm, das passiert aber nicht, wenn wir den jetzt in jedes Game und in jeden Film und in jede Serie noch ein Stück weit mit einbauen, äh, die mehr oder weniger in diesem, in diesem Zeit, äh, Raster spielen. Und das ist, äh, so das, was ich immer sage, das machen dann gewisse Sachen, macht das auch ein bisschen besonders. Und es ist einfach auch nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Ahsoka-Reingedrücke jetzt schon über Jahre hinweg passiert. Über Jahre hinweg. Ahsoka musste in Rebels reingedrückt werden. Ahsoka musste jetzt nochmal der Main-Focus sein von Clone Wars, äh, Staffel 7-Finale. Und jetzt müssen wir die auch noch in Mandalorian reindrücken. Oh, Leute, 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 Leute. Es ist einfach nur so, ich bin, ich bin mir eigentlich so sicher, dass Disney momentan einen richtig coolen Plan hat, wie es mit Star Wars weitergehen wird. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, die Leute sitzen zusammen, die Köpfe rauchen. Sowas wie die Sequel-Trilogie wird nicht mehr passieren, dass man da, auch wenn ich nicht glaube, dass es planlos war, aber nicht gut geplant reingeht, sondern wirklich komplett strukturiert, was die nächsten Sachen angeht. Ähm, sind das so Sachen, wo, die mich als Fan schon zurückzunehmen? Zurückwerfen. Denn ich bin ein riesengroßer Fan von Fanservice. Endgame hat eines der krassesten Fanservice-Finale ever abgeliefert. Aber es war alles gut, der Fanservice, der reingepasst hat und wo du einfach grölen musstest, der cool und verdient war. Fanservice muss man sich auch aufbauen. So eine Climax muss man sich aufbauen, wo man dann wirklich auch grölen kann und cool, auch wenn es, ne, Fanservice ist. Das geht nicht bei, äh, bei allem einfach mal so dahin. Du kannst nicht überall Fanservice reindrücken. Und da ist momentan, äh, Lukas Film so ein bisschen dran, beziehungsweise Disney. Wirklich, oh, hier, das drücken wir noch rein und das, nein. Ähm, ich denke mal, wirklich den Star Wars am Herzen liegt. Und die werden mir dazu stimmen, wir wollen neuen Shit. Wir wollen neue Galaxien, wir wollen neue Planeten, wir wollen neue Gegner, wir wollen neue Helden, wir wollen neue Bedrohungen, wir wollen einfach neue Szenarien. Wir wollen neue Geschichten, wir wollen neue epische, äh, äh, Themes, wir wollen neue Sachen. Ja, bröckelt uns immer mal so ein bisschen als Streusel oben drüber, ein bisschen Nostalgie, stehen wir drauf als Star Wars Fans, aber nicht nonstop dieses Fanservice in die Fresse, ungefiltert und immer dasselbe. Wir befinden uns momentan auch im Star Wars Universum in einer ganz, ganz kleinen Bubble, mit ganz wenigen Charakteren. Wir bewegen uns nicht nach links oder rechts, nirgendwo gibt's mal was Neues. Und alles, und das finde ich so lustig, alle Teile, die Neues versucht haben und die Neues inszeniert haben und die uns Neues gebracht haben und die die Welt erweitert werden, die werden teilweise ein bisschen kritisch gesehen. Ich finde es so Banane. Und auf der anderen Seite meckert man aber, dass die Filme sich bei der Sequel-Trilogie doch wieder angefühlt haben wie bei der Original-Trilogie. Es ist so Schwachsinn. Die Prequel-Trilogie hat uns so viel neue Planeten, so viel Politik im Star Wars-Universum, auch wenn es einige damals genervt hat, besonders die Kids gebracht hat, die das Universum sowas von erweitern. Und selbst Filme wie Solo hat uns, ja, Solo hat uns an so viel verschiedene Schauplätze gebracht, hat uns verschiedene Gegnergruppen, hat uns, also wirklich, so viele Sachen gezeigt, die neu waren. Dafür feiere ich den Film bis heute. Das ist das, was ich sehen will. Das ist das, was ich sehen will. So, und dann haben wir aber wieder was, wenn wir jetzt bei Solo sind, wo wir dann aber erklärt bekommen, ah, du bist alleine? Dann heißt du jetzt Solo. So ein Scheiß. Das ist dann wieder dieses Fanservice, wir müssen jetzt erklären, warum der Solo heißt. Das meine ich damit. Ich möchte ganz einfach, dass man ein Stück weit ausbricht aus diesem Star Wars-Kanister oder Trichter, in dem wir uns momentan befinden. Und ich denke auch, dass das passieren wird, besonders jetzt, wenn die neuen Filme und die neuen Filmideen anlaufen. Da sind wir nur bei dem nächsten Punkt. Und das wäre dann zum einen auch Taika Waititi. Ich tue mir tatsächlich echt schwer damit, weil ich auch so jemand bin, Film ist immer ein Stück weit subjektiv. Es gibt keine objektive Sache, wie man was bewertet, denn alles hat einen unterschiedlichen Einfluss auf einen selbst. Man kann nicht objektiv bewerten, wie gut der Soundtrack ist, weil vielleicht löst der bei mir ganz andere Emotionen als bei einem anderen Menschen aus. Es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich denke aber, was eine gewisse Art des Films ausgeht, die kann man einschätzen oder das Film Makings ein Stück weit. Und ich würde mir niemals anmaßen, Taika Waititi zu kritisieren, der einfach ganz klar versteht, was er tut, der nicht umsonst einen Oscar gewonnen hat. Weil das ist immer noch trotzdem ein Titel, den kriegt man nicht einfach so im Aldi hinterhergeworfen. Sondern das ist tatsächlich die größte Auszeichnung für einen Filmemacher auf diesem Planeten momentan noch. Und von daher würde ich mich gar nicht getrauen, ihm auch nur ansatzweise irgendwie zu unterstellen, dass er in irgendeiner Art und Weise nicht fähig wäre, jetzt zum Beispiel einen Star Wars Film zu machen. Aber jeder Regisseur hat so seinen Ton. Und für die Filmfans unter euch, die werden mir da zustimmen und die wissen auch, was ich meine. Du siehst im Zack Snyder Film an, dass es ein Zack Snyder Film ist. Und du merkst es auch an den Szenen. Du merkst bei einem David Fincher Film, das ist ein David Fincher Film. Du merkst Steven Spielberg ganz besonders auch. Du merkst, oder Nolan oder so. Du merkst, die haben so ihre eigene Art. Die haben so ihre eigene Art. Tarantino hat so seine eigenen Dialoge auch. Du merkst an der Hand, wie die Filme inszeniert werden. Was das mehr oder weniger für ein Filmemacher ist oder was so sein Stick ist, sage ich jetzt mal. Und bei Waititi ist das eben auch so. Und ich halte genau diese Art und Weise, die ihn ausmacht, so ein Stück weit, nämlich seine Art, für das Star Wars Universum völlig unpassend. Völlig. Weil sein Art ist so ein bisschen Guardians of the Galaxy-Style. Da ist ganz, ganz, ganz viel Comedy, auch viel Herz mit dabei, auch Action natürlich, aber sehr, sehr viel Comedy. Und das ist eben nicht Star Wars. Star Wars hat diesen Comedy-Part schon definitiv überreizt in den Sequels. Und ich möchte niemals, niemals einen Star Wars-Film bekommen, der so wie Thor Ragnarok ist. Ich weiß, einige von euch sind jetzt da unter euch, die sagen, Thor Ragnarok ist doch so ein super Film. Ja, freut mich. Ich finde ihn schrecklich. Aber wenn ihr ihn feiert, ist cool. Aber ich meine auch nur damit, Thor Ragnarok hat den Charakter von Thor sehr ins Lächerliche gezogen, auch Hulk ins Lächerliche gezogen und so. Und das kannst du vielleicht auch noch da machen, weil Marvel immer schon so einen bestimmten Fokus auch auf Comedy hatte, okay. Aber Star Wars nicht. Star Wars war immer noch ein Space Adventure mit kleinen Comedy-Einlagen, die auch mal kurz mit drin waren. Aber niemals, um Charaktere auch lächerlich zu machen, sondern einfach mal, um einen coolen Spruch zu droppen oder so. Und ich halte das für sehr, sehr gefährlich, dass der gute Mann da überpacet. Ich denke, da wird auch irgendjemand ein Auge drauf werfen müssen. Und da sind wir aber auch genau bei dem, was ja Catherine Kennedy auch ganz oft vorgeworfen wird. Guck mal, wie viele Regisseure die verschleißt hat und guck mal, wie viele da abgesprungen sind und so. Ja, 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 stimmt alles und das ist schon ungewöhnlich viel. Aber, ganz ehrlich, wenn ich mir jemand engagiere und er sagt mir, ey, ich mach den Film so, so und so und ich find das cool und wir unterschreiben und der mir dann aber im Set sagt, ey, weiß was, ich mach jetzt doch das und das. Ey, sorry, dann muss er gehen. Und dann bin ich vielleicht der Buhmann als Catherine Kennedy, aber das muss man dann halt auch manchmal mehr oder weniger, das muss man dann manchmal durchziehen. Und das wurde ja unter anderem auch bei Solo durchgezogen, dass man da einfach die Reißleine gezogen hat, weil das berühmte Zitat, es hat sich angefühlt wie ein Ace Ventura-Film. Niemals darf sich ein Solo-Film wie Ace Ventura anfühlen. Das meine ich damit, ne, es muss so ein Stück weit das Star-Wars-Feeling gewahrt bleiben. Und die Teile, die Taika Waititi gemacht hat, bei Mandalorian gut, aber auch da hast du wieder gesehen, er hat ganz schön den Humor ausgereizt. Also, es wird schwierig. Es wird schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Ankündigung jetzt, ähm, Taika Waititi, äh, Boba Fett, aber auch Ahsoka, ist es zum ersten Mal, selbst nach der Sequel-Trilogie, dass ich so ein bisschen mit, ja, im Grummeln im Bauch, ähm, so Richtung Star Wars Zukunft gehe. Auch wenn ich davon überzeugt bin, wie ich gesagt hab, dass sie da ordentlich was vorbereiten werden, was die nächsten Filme angeht. Ach, ist das so ein Weg, wo ich einfach hoffe, ich, ich hab, ähm, ich erinnere mich einfach an das Gefühl zurück und einige von euch werden das eventuell auch bestätigen können und bei denen wird das auch so sein. Als Episode 7 angekündigt wurde, man hat zum ersten Mal Kylo Ren gesehen und man hat sich so viel ausgemalt, boah, die Cis werden zurückkommen und das und das. Ich will einfach, äh, Star Wars ist so viel Epicness, ich will so viel Epicness, ich möchte dieses ganzen Lore um die Macht, dunkle Seite, helle Seite oder wenn es dann mal nicht, äh, um die Macht geht, sondern Bounty, Bounty Hunter, ich möchte da wirklich reintauchen. Ich meine, die geilsten Sachen an Mandalorian war doch wohl, dass man die mandalorianische Gesellschaft da kennengelernt hat mit dem Waffenschmied oder der Waffenschmiedin und solche Sachen. Das sind solche Sachen, die sind geil, davon brauchen wir mehr und so oberflächlichen Kram, ach, weiß ich nicht, bekommen wir ja genug durch andere Medien, durch Comics, durch Hörbücher, Bücher, etc. Ich erhoffe mir da einfach so ein Stückchen mehr Tiefgang bei diesen ganzen Sachen und ein bisschen mehr Epicness auch, ganz besonders, was die nächsten Projekte angeht. Ähm, ja, so viel dann auch erstmal so ein bisschen zu meinem Gehirndurchfall, ich hab einfach mal freien Lauf gelassen, so drauf losgesammelt, ähm, wie ich mir das gedacht hab. Vielleicht hat der ein oder andere ja von euch da auch eine Meinung dazu und kann die dann auch mal in die Kommentare, äh, ballern, wird mich auf jeden Fall echt interessieren, ähm, ja, ob euch auch sowas einfach mal gefällt, wenn mein Hirn einfach mal Ausfluss hat und, äh, ich da so ein bisschen was kundtue. Im Endeffekt möchte ich nochmal festhalten, ich bin gespannt auf Ahsoka, ich freue mich ein bisschen auf Boba Fett, aber irgendwie bin ich auch beunruhigt und find's auch nicht so cool, dass er da ist, also ganz komisches Gefühl und bin total gespannt, ähm, wie das bei euch aussieht. Ähm, des Weiteren arbeite ich hardcore an, äh, Bombos Episode 1, das ist so viel Arbeit, das ist unfassbar und ich werd auch nochmal was zu Clone Wars und Mandalorian machen, wenn ich die Zeit hab und würde sagen, ich hoffe, euch geht's gut, ähm, bleibt zu Hause immer noch, solange es immer noch, äh, so unsicher ist oder ihr zu Hause bleiben könnt. Bleibt gesund, hoffentlich wünsche ich euch und euren Familien und wir hören uns dann, äh, definitiv beim nächsten Video, nächsten Podcast oder nächsten Review. Bis dann, Peace. Peace.